Hi, schönen Abend euch zusammen. Also man bekommt jetzt einiges mit in den Telegram-Gruppen und Diskussionen, die Leute auf einmal davon ausgehen, dass Trump irgendwie verloren hat oder so. Leute, ihr schaut einen Film. Das ist das Allerwichtigste, was ihr verstehen müsst. Ja, wir spielen hier die Kunst des Krieges. Und wir sind gerade in dem Level, in dem wir einfach sagen, erscheine schwach, wenn du am stärksten bist. Genau das sehen wir gerade. Wir sehen gerade das, dass wir davon ausgehen, besser gesagt der Diebste davon ausgehen soll, dass Trump einfach total schwach ist und nichts mehr in der Hinterhand hat, was natürlich totaler Bullshit ist, weil ich sogar weiß, was er in der Hinterhand hat. Also wollen wir gar nicht wissen, was er in Wirklichkeit sonst noch alles in der Hinterhand hat, wenn ich das schon weiß. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Anklagen für Biden, also für Joe Biden und sein Sohn wahrscheinlich schon vorbereitet sind. Wir wissen, wie viele krumme Dinger Joe Biden gedreht hat. Ist doch nicht wirklich einer von euch der Meinung, dass der Typ Präsident wird. Ich meine, habt ihr den mal angeschaut? Das ist ein dementer, das ist ein dementes Stück Scheiße, okay? Ein Pädophiler, einer der Auslandsgeschäfte gemacht hat in der Ukraine, sich hat schmieren lassen, seinen Sohn hat schmieren lassen und noch mit der KPC Chinas auch noch zu tun hat. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt denn irgendeiner von euch da drauf, dass der Typ Präsident wird? Was gestern passiert ist, ist es ganz einfach. Irgendwie war es doch zu erwarten. Jeder von den Senatoren und Leuten, die da eben den Biden bestätigt haben, hat sich das Hochverrat schuldig gemacht. Der Militärgeheimdienst hat die Wahl komplett überwacht. Das, was wir hier alles scheinen zu wissen über diesen Betrug, das ist nichts im Vergleich zu dem, was die alles haben. Jeder, der gestern Biden bestätigt hat, hat sich das Hochverrat schuldig gemacht. Das war doch der Sinn der Sache. Darum geht es doch. Man will doch den Dieb beim Stehlen erwischen und nicht erwischen, indem man hört, dass der Dieb gestohlen hat. Sorry, ich will hier echt keinen angreifen, aber Leute, ihr müsst echt ein bisschen weiterdenken. Und die, die immer noch glauben, dass Biden Präsident wird, glaubt, was ihr wollt. Jeder darf glauben, was er will. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Dann kommen wir noch dazu, dass das komplette Militär auch im Allgemeinen, nicht nur der Militärgeheimdienst, hinter Trump steht. Und die auch wissen, dass betrogen wurde. Und das Militär ist dafür da, um die Menschen zu schützen. Dann wissen wir auch noch, dass die ganzen Menschen, die ganzen Trump-Wähler und sogar noch mehr hinter Trump stehen, weil sie wissen, wie krass der Betrug ist. Das ist eine Show, Leute. Er lockt sie alle in die Falle und diese Vollpfosten laufen rein. Dass Pence ein Wichser ist und ein Hinterfotziger. Das war doch auch schon klar. Man kann Lin Wood vertrauen. Ist einfach so. Genau wie Dan Scavino. Das sind die engen Leute von Trump und nicht irgendein Pence. Also hat das Militär ja auch noch die Möglichkeit, Kriegsrecht auszurufen. Dann haben wir noch die Auslandseinmischung. Die Executive Order von 2018, die Trump unterschrieben hat. Wo auch noch so viel getan werden kann. Wie um Himmels Willen kommt ihr denn auf die Idee, dass sich irgendwas seit gestern geändert hat? Im Gegenteil, es ist nur besser geworden. Man hat die Arschlöcher jetzt erst recht bei frischer Tat ertappt und dann auch noch die Volksflag-Aktion im Kapitol. Glaubt ihr wirklich, das waren Trump-Anhänger? Natürlich nicht. Es waren einfach nur Antifanten und Black Lives Matter Typen, die schon über die Gesichtserkennung erkannt wurden. Leute, hey, aufwachen, okay? Wie gesagt, es ist nicht böse gemeint, aber diese Diskussionen, die sind total sinnlos, weil ihr müsst einfach ein bisschen mehr euren Kopf einschalten. Und bevor ihr urteilt, solltet ihr das Wissen haben. Und nachdenken. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Abend und macht's gut. Es läuft alles nach wie vor Bombe. Ich wünsche euch noch ein paar Tage.